Los, Mira, du hast doch Luftkanister und Schläuche an den Armen, also schieß damit los. Frau Frost macht das mit ihren bloßen Nichthänden, ist klar. Ja genau, machen sie das richtig so. Oh, sie hat Finger. Wird gerade nachgeladen. Schon wieder. Ja, der rechte Zeigefinger sieht sehr seltsam aus. Das ist Ubisoft. Ach herrlich.